Die Wohnbaustadt Coburg informiert Eigentlich ist Petra nur in die Stadt gefahren, um bei ihren Freunden die Blumen zu gießen. Sie konnte ja nicht ahnen, dass sie beim Einfahren in die Tiefgarage am Albertsplatz gleich einen 200 Euro Parkticket-Gutschein gewinnt, der auch noch für alle Parkhäuser in der Stadt gilt. Die Aktion hat sich die Wohnbaustadt Coburg in Kooperation mit dem Stadtmarketing Coburg ausgedacht. Die Wohnbau hat sowohl am Albertsplatz viel getan, als auch noch die Tiefgarage am Albertsplatz gebaut. Und deswegen haben wir gerne diese Aktion durchgeführt. Montag, der 26. August, die Prinz Albert-Kenner wissen, da hat der Mann von Queen Victoria Geburtstag. Die 200 Euro gehen natürlich auf den 200. Geburtstag zurück. Petra hatte von der Aktion nichts gewusst. Die Zeitung Samstag und Freitag liegt zu Hause auf dem Tisch, unbenutzt. Und deswegen war ich jetzt eigentlich schon Pepplix, dass das sowas heute irgendwo hier gibt in Coburg. Da hat es sich doch wirklich gelohnt, dass Petra ihren Freunden hilft. Jetzt kann sie, so oft sie will, in den Parkhäusern in der Stadt parken und muss sich keine Gedanken über das Geld machen. Zumindest nicht, bis die 200 Euro aufgebraucht sind. Die Wohnbaustadt Coburg informiert. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017